Los, Bruder, aufstehen! Nein, ich höre kein Nein. Aber ich höre gerade ein Nein. Du hörst ein Nein. Du sagst ja auch gerade ein Nein. Ja. Ja, komm mal rum hier. Ja, ja, wir haben den Vogel. Wie blind bist du eigentlich? Ganz blind. Naja, wenn ich jemanden die Hand schüttel, dann fasse ich ihm ins Gesicht. So. Das heißt, du kannst mich nicht sehen? Nur hören und fühlen. Wann sie mal, ich glaube Ihnen gar nichts, was Sie hier sagen. Ja, ich glaube Ihnen langsam auch gar nichts mehr, was Sie sagen. Haben Sie eben versucht, den Zettel hier aufzuessen? Naja, ich habe ihm erzählt, dass ich blind bin und ich bin gar nicht blind. Danke. Bisschen! Nein! 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 Aber Jona sieht sie nicht. Nein, das meine ich ja. Sie ist blind. Sie kann mich nicht sehen. Ich habe das auch nicht gleich verstanden, aber dass sie blind ist, hat zur Folge, dass sie mich nicht sehen kann. Nein! 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 Nein!